Alleweil schwärmt man von den Kindertagen, von der Jugend, von den besten Jahren. Hören Sie, ich will ihnen etwas sagen. Ist doch Mumpitz, ist doch gar nicht wahr. Erst wenn du alt bist, alt und reich bist und vermutlich bald leich bist, jetzt erst, glauben Sie mir das, macht einem das Leben Spass. Sie haben keine Ahnung, wie oft man lachen kann, als bitter, böse, alte Mann. Man schaut halt alle anderen mit Recht für Trottel an, als bitter, böse, alte Mann. Als wieder ein Kreis machst du, was du passt und besonders gern machst du dich verhast, dann hast du es nicht mehr nötig zu liegen. Wenn du gerade sein darfst, macht vergnügen, fragt Dr. Guido frei, ob dir das Fernsehen gefällt, sagst nein. Und wenn er dann ganz bleich wird, dir noch freust dich dran. Man hat einen Heide-Spass als böse, alter Mann. Man hat einen Heide-Spass als böse, alter Mann. Man hat einen Groll auf mich im Stillen. Ich bin ja auch ein Eckl, geben wir es zu. Auch meine Sekretärin kennt mich zu killen, wenn ich es zu einer sage, sie dumme Kühe. Prokuristen, Pizzer, Stifte, alle möchten mich vergiften und verstecken fast an ihrem Hass. Ah, das macht einem Spass. Sie haben keine Ahnung, wie oft man kichern kann. Als bitter, böse, alter Mann. Man schaut die meisten Leute mit Recht für ernst zu schauen an. Als bitter, böse, alter Mann. Wenn ich nicht will ein Kinderspiel, noch höre ich nichts mehr wie senil. Was streng verboten ist, das mache ich. Kommt dann die Schoterei, noch lache ich. Sag, was kostet es inklusiv Amtsbeleidigungstarif? Seh Aff, seh Mantel, Pavian, etc. Man hat einen Heide-Spass als bösen, alter Mann. Er ist natürlich allerhand gebrecht. Er ist ein runzeliges Rudiment von früheren Buben. Fiesisch, ein schäbiges Resten und im Bett. Nein, reden wir nicht davon. Töchter, ja, die Idioten, haben wir das Trinken verboten. Seither macht man jedes Glas doppelt so viel Spass. Sie haben keine Ahnung, was man sich leisten kann. Als bitter, böse, alter Mann. Je näs die anderen fuchst, umso mehr freust du dich dran. Als bitter, böse, alter Mann. Meine Frau hat auch zu jeder Stunde verzapft. Der Gognac sei nicht gesund. Ich habe gesagt, sie soll nur futtern. Ich bleibe trotzdem wieder gutter. Kein beglatter Unterschied. Ich genies sie solide. Und sie schaut die Feiertchen schon lange von unten an. Es gibt nichts anderes als ein bösen alter Mann. Ha, 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 ha. Wie ist das ein Bater? Wie ist das Bater? Wie ist das Bater? Wie ist das Bater? Vielen Dank.